Sehen wir nun bald Lobouton, NFTs auf der Vivi App. Das schauen wir uns auf jeden Fall an mit einem geliebten Drop. Unter anderem könnte es Hinweise auf eine Partnerschaft zu einer Football-Mannschaft geben. Und wir schauen uns auf jeden Fall unter anderem auch das nächste Comic an, was tatsächlich gar nicht mal so uninteressant ist. Das wollen wir auch wirklich sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge spannender Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt an das Video. Aber erst wenn du da draußen auch den Kanal hier abonniert hast, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch sehr unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit dem gesamten Video. Und starten tun wir an dieser Stelle rein mit einem geliebten Drop. Und zwar gab es nämlich heute Morgen in der Vivi App die Möglichkeit, einen Louboutin X Marvel Drop schon mal zu sehen. Ich habe das Ganze hier einfach mal auch als Screenshot gemacht. David hat das Ganze hier auch noch mal repostet mit einem Schuh, was sinnbildlich wahrscheinlich auch für Louboutin steht. Und hier sehen wir im Prinzip Cristiano Louboutin and Marvel Limited Edition Digital Collectibles. Und diese werden dann wohl auch wahrscheinlich auf der Vivi App erscheinen. So wie es auch in der Bio steht, wird es wahrscheinlich aber wie als Airdrop ablaufen. Jedenfalls steht hier auch schon Sold Out. Es ist so ein bisschen die Frage, was jetzt damit genau passiert, an wen das Ganze jetzt hier geht. Aber was auf jeden Fall an dieser Stelle interessant ist, dass hier Louboutin X Marvel droppen wird, was man vielleicht aber an dieser Stelle auch nicht überinterpretieren darf. Wir haben es ja wie gesagt mit einer Kollabo zu tun, mit Marvel und Louboutin. Ist das Ganze jetzt eventuell auch gleichzeitig Louboutin X Vivi? Das kann man momentan, finde ich persönlich, jedenfalls nicht so ganz sagen, da es ja über Marvel läuft. Es könnte natürlich aber hier auch ein Hinweis darauf sein, dass wir in Zukunft noch deutlich mehr von Louboutin sehen werden. Und das im Prinzip der erste Schritt in Richtung Fashion beziehungsweise Bekleidung auch ist für Charaktere, die man dann auch im Metaverse nutzen kann. Das ist natürlich aber bis jetzt nur rein zu Spekulation an dieser Stelle. Wenn es aber an dieser Stelle auch mal wieder einen witzigen Fehler, der hier passiert ist, eigentlich dürfte das ja nicht passieren. Aber es gibt uns an dieser Stelle natürlich auch mal einen ganz coolen Insight, was jetzt hier auf uns zukommt. Nichtsdestotrotz ist es aber auf jeden Fall interessant, was hier droppen wird. Beides ist eine Secret Jail. Ja, beides jetzt für mich persönlich jedenfalls sehr, sehr uninteressant. Für die Leute, die Louboutin nicht kennen, Louboutin ist eine wirklich recht teure Designermarke. Diese Schuhe gibt es neu bei, glaube ich, 4.000 Dollar oder sowas. Also, ja, günstig sind die Schuhe definitiv nicht. Aber natürlich an dieser Stelle zählt hier der Brand. Und ich bin schon sehr gespannt, was hier in der Zukunft noch passieren wird. Und ob wir noch mehr von Louboutin sehen werden. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, ob du hier noch von Louboutin deutlich mehr sehen wollen würdest. Ansonsten kommen wir zu New Yorker Comic Con. Und hier hat nämlich die New Yorker Comic Con angekündigt, dass Marvel bzw. Giants hier zusammenarbeiten werden. bzw. unter anderem auch hier auf der New York Comic Con zusammen sein werden. Und das Spannende ist, dass Marvel ja auch mit Vibi in einer Booth ist. Und dementsprechend eventuell hier auch ein Hinweis sein könnte, dass Vibi hier mit Giants zusammenarbeitet. Für die Leute, die nicht wissen, was Giants überhaupt ist. Giants ist die New Yorker Giants. An dieser Stelle ein Football-Team aus New York. Gegründet 1925. Also schon ziemlich alt. Und auch relativ populär in den Vereinigten Staaten. Und wie komme ich jetzt darauf, dass eventuell hier wirklich auch eine Kollabo zu Vibi bestehen könnte? Denn Vibi hat so vor 2-3 Tagen auch relativ viel zum Thema Football retweetet. Und das könnte eventuell hier ein Hinweis darauf sein, dass wir tatsächlich noch mehr sehen werden in Richtung Football. Was für eine Richtung das sein könnte. Ob wir dann nur Collectibles sehen. Trading Cards oder whatever. Das ist natürlich noch rein zur Spekulation. Ich finde es aber eine sehr interessante Entwicklung. Ich werde live vor Ort sein auf der New Yorker Comic Con. Und natürlich, sobald es dann irgendwelche Infos gibt, die mit euch teilen. Der nächste relativ gute Comic-Drop steht auch vor der Tür. Und das ist Amazing Spider-Man. Hashtag 15 aus dem Jahre 1963. Und hier haben wir die First Appearance of Kraven the Hunter mit dabei. Das Ganze wird am 5. Oktober, das heißt am Donnerstag um 17. Deutzer Zeit droppen. Natürlich wie immer hier mit exklusive Rare wie auch Ultra-Rare-Covern. Ich persönlich finde tatsächlich die Alt-Trail relativ cool gemacht. Nichtsdestotrotz, ja für mich persönlich auf jeden Fall ein Job, den ich mitnehmen werde. Auch wenn hier der Listenpreis bei 10 Gems ist. Und die Editionzahl bei 10.000 Stück. Aber wenn man sich hier mal die ganzen Daten auf GoCollect anschaut, dann wird es tatsächlich sehr interessant. Und zeigt auch hier, dass Kraven ein anscheinend sehr interessanter Charakter ist. Denn die 9.8 wird hier für 58.000 Dollar durchschnittlich verkauft. Insgesamt gab es aber nur einen Sale bis jetzt und nur zwei Grades auf diesem Level. Wenn man sich aber hier mal weiter unten umschaut, der 9.2 beispielsweise mit 33 Grades, was doch für diesen Jahrgang gar nicht mal so schlecht ist mit 10.000 Dollar pro Stück. Das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Und auch hier selbst das günstigste, eine 0,5, was schon wirklich ziemlich, ziemlich schlecht ist, bekommt man auch gerade mal für 325 Dollar. Also es ist auf jeden Fall ein Comic, was relativ interessant ist. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall keins gibt. Ich werde das Ganze mitnehmen. Zu Beginn des Oktober darf natürlich auch etwas in Richtung Halloween auch nicht fehlen. Und wir sehen hier von Mickey Mouse and Friends ein weiteres Comic. Und zwar nicht am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Mit insgesamt 5 Covern. Und das Ganze wird hier ein Dracula-Heft sein. Und dieses Buch gibt es tatsächlich auch schon im Physischen. Ich habe das Ganze einfach mal gegoogelt. Findet man hier auch direkt als Taschenbuch auf Amazon. Ist zwar nicht gerade günstig hier für 28 Euro. Nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall schon eine physische Variante vorhanden. Dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen Mickey Mouse-Fan interessant. Ich habe dazu aber keine Daten auf GoCollect gefunden. Das heißt, dass es mehr für Leser gedacht ist und nicht wirklich für Leute, die jetzt darauf gammeln, damit Profite zu machen. Ich finde es aber trotzdem auf jeden Fall eine coole Entwicklung, dass Disney hier auch mit Mickey Mouse-Heften in die Richtung geht, diese auch zu publizieren. Digital, dass man sich diese auch kaufen kann. Erst recht für Mickey Mouse-Fans. Sehr, sehr interessant. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder. Dann mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.